Okay, Entschuldigung. Das ist ein bisschen eng. Du kannst sowas geiles reinschneiden. Ich kann so... Snake, Snake und dann so... Willkommen zu einer Runde des Speedrunners Extreme. Und zwar haben wir heute eine kleine Challenge verbreitet. Wir haben hier eine kleine, schöne Soße von Sriracha, die uns die Zunge verbrennen wird. Oder auch nicht. Und die Challenge ist halt, dass wir Speedrunners spielen zusammen. Und wer verliert, der muss halt einen Cracker mit dieser Sriracha-Soße halt essen. Und ich hab mir gedacht, das wird eigentlich ganz cool. Und dann werden wir ein Drache. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Kann ich noch anfangen. Ja gut, wir starten einfach mal. Ah ja, stimmt. Okay, warte. Machen wir die Bots auf Extreme. Ich tue schon mal die Stimmblocker aus. Ja. Okay. Bereit? Ja, alles klar. Mach so ein Finger. Ja, kann ich aber trotzdem weg. Mach trotzdem weg. Nicht, dass ich... Ja, okay. Das sieht dann irgendwie so beknackt aus. Okay, let's do it. Okay, mal sehen wir es daraus. Mal gucken. Nehmen wir... Na, die da. Also, die Standort, ne? Yeah. Ich glaube, wir werden so verkacken. Ja, was du nicht sagst. Wieso sind wir so langsam? Das ist... Mean. That's mean. Ja, nimm mir den weg. Oh, mein A-Button hat nicht funktioniert. Was ist das für eine Scheiße? Hugs! Vorstellbutton. Oh oh. Oh oh. Scheiße, ich glaube... Bisse. Okay. Ah! Das ging wohl in die Hose. Don't you dare! You little... Moose. Das ist eigentlich ein Hirsch. Oh. Hugs. Was heißt eigentlich Hirsch auf Englisch? Äh. Moose ist... Elch. Oh, das ist Elk Elch. Kein Name. Ich glaube... Hirsch ist... Moose ist... Moose ist... Äh, was? Moose ist... Kein Name. Ich glaube, Moose ist Elch. Oh! Got him! Okay. Yes! Okay. Let's do it! Los! Was zum... Das ist voll die Scheiße. Oh man. Ja, ich bin gleich tot. Komm, 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 komm! Los, rette mich! Scheiße. Scheiße. Nein. Nein! Ich bin erst. Never mind. Oh. Okay. Echt? Ja, du bist ein First. Na toll. Das macht Sinn. Oh, Blockage. Nein! Oh! Die Lilla Fitta. Ich bin der Erste. Nicht. Du bist Erster. Ringsumher. Komm jetzt. Do it! Oh! Try it, Modus activated. Boop! Oh! Was? Halt! You didn't do that! Er hat's gerade verkackt. Er hat's gerade verkackt. Ja. You fucked up. You fucked up. Bitch. You fucked up. Wieso ist er immer noch im Screen? Oh, okay. Jetzt nicht mehr. Problem solved. Ja. Ich werde wohl Lava fressen müssen. Ich... Vielleicht hoffst du's noch. Mach den Tryout, Modus. Komm. Okay. Nein, ich hab den Item nicht bekommen. Den Item nicht bekommen. Fuck. Toll. Weißt du, das Ding ist, wenn du einen Fehler machst, dann bist du gef... Ich hab den Haken gefehlt. Und zwar... Ich hab des Haken gefehlt. Wow! Bitch! Fuck. Super Rocket. Gar nicht retarded. Oh, der Blockage, though. Gefucked. Ja. Noch nicht! Oh, wer gewinnen? Wer wird gewinnen? Hey, ein Wunder, dass du's geschafft hast. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Triad mauenen kannst. Huh! Oh, kacke, das war falsch. Ja, 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 ja. Nein! Oh! Okay, gut. Uuuh. Was? Wieso? Du Dreckstrahacken. Was? Warum hast du nicht gesprungen? Oh, nein. Ich glaub, Leute, ich glaub, jetzt werde ich verkacken. Uuuh! Scheiße, Kiste, Kiste. Fuck! Ah! Ich hab gewonnen. Wuuuh! Wuuuuh! Eigentlich hätte ich's geschafft, aber die Kiste stand in mir im Weg. Okay, dann muss ich wohl dran glauben. Warte, warte, machen wir es so, dass ich dir das mache. Ah, fein. Okay. Okay. Du weißt doch, wenn ich dir mache, dann wirst du sterben. Ich weiß. Also. Wenn du meine Hose kleckerst, dann bist du eh tot. Machen wir. Ganz standard. Sieht aus wie eine Pizza. Wird mich aber ermorden. Oh, Mann. Okay, dann. Cheers. Und wie ist's? Oh, was? Was, äh? Schmeckt irgendwie nach Asche. Was? Schmeckt irgendwie... Oh, oh. Oh, oh, ist die los. Schmeckt irgendwie nach Asche. Nach Asche oder nach Asche? Nach Asche. Fuck. Oh. Oh nein. Ich glaube, jetzt werden wir beide verkacken, weil wir so... Ich kenne die Map nicht, das ist ja das Ding. Au. Okay, thank you. Thank you. That, that. That's fine. That's okay. Scheiße. Nein! Ich kann mir schon mal... Ähm, Spätsinopel in jeden Fall. Oh, Mann. Es lebt nur noch die KI. Ich drücke hier irgendeinen Knopf, um das Spiel vorzuspüren. Oh, okay. Oh, Pisse. Hothead hat jemanden. Schrothead wohl eher. Nein! Ich hab schon wieder verkackt. Wo zum Vogel bin ich denn? Da vorne. Du bist... Hast du ein Item? Nee, hast du nicht. Scheiße. Oh, Mann. Hau ihn! Verfehlt natürlich! Hahaha. Okay, dann weiter mit den Spezi tanken. Oh, Mann. Schon wieder Hothead-Kette gewonnen. Oh, shit. Wenn wir jetzt verlieren, ne? Ja. Es geht los, es geht los. Scheiße! Mach doch schon mal in der Kalleja! Ist die Wunde. Scheiße. Okay, danke. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich so eine Star Wars-Spawn. Wahrscheinlich so eine Star Wars-Spawn. Genau. So Chewbacca. Natürlich, ich hab kein Item bekommen. Entwunder, dass ich nicht mehr lebe. Ich kann nicht versuchen, ich habe das. Ich habe das nicht aktiviert. Boop! Gott, du! Nein! Komm schon, komm schon. Oh, ich konnte mich nur retten. Bin tot. Er hat wieder gewonnen! Oh, nee, oder? Ja, dann müssen wir wohl beide dran glauben. Oh, fuck! Komm, ich bin dann mal gnädig und... Fuck! Komm, ich bin dann mal gnädig und tu mal etwas so. Also, hier, nur für den Anfang. Okay. Ich glaube, nachher werde ich vom Späßig Gebrauch machen müssen. Machen wir einen Plus. Weil ich in der Plusgröße bin. Genau, nicht für den Minus. Was? Okay, wohlbekommst. Mh, die Schmacht nachgeschmolzen der Zunge. Ja. Um mehr nicht zu sein, bin ich sehr überrascht. Weil ich habe eher gedacht, dass es nicht so... Äh... Also, ich habe eher gedacht, dass es so richtig scharf wird oder so. Aber eigentlich... Ist ganz gut. Nur Kaffee! Nur Kaffee! Nur Kaffee! Airporn! Doppel! Karma just fucked you! Ich wollte gerade ein Fick-Dick sagen. Wahrscheinlich war es der KI. Oh, oh, oh! Ich werde es gehen. Ich werde es... Fuck! Do it! Oh! Oh! Du Scheiß, ich freue mich. Ich bin wieder schreckenblieben! D пох 히 minha againoo du Stück Pisse nanana you didn't do dat tot tot Toi Spoker Soll ich aneke Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Schabernack Oh! Ich kann es gehen Oh! Er braucht ein bisschen Fleisch Er braucht ein bisschen Milch Komm an Jetzt würde ein Beefsteak wirklich gut tun Ein Beefsteak? Was ist das? Achso, okay Aua! Wie? Ach du Stück! Wir verkacken echt Hab ich das Gefühl Oh danke! Nein! 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 Komm, du musst es schaffen Bitte, bitte Ich will nicht, dass dieser Bugshot gewinnt Dusch! Alter! Finne! Nein! 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 Komm, du bist ein bisschen bei uns Ja, Entschuldigung, wenn ich so... Die ganze Zeit Die ganze Zeit Es war schon eine Weile her Seit ich... Da! Die Haar wurde! Die Haar wurde! Es war eine Weile her, seit ich was Schafes gegessen habe Also ist er perfekt Ich hab mir in die Zunge gebissen Ich tippt! Komm, machen wir weiter! Jetzt konnte ich die Schärfe gar nicht mal mehr schmecken Oh! Ich musste lachen, wenn er mich untergeschmackt hat Das ist was sie sagt Oua! Ich bin in Pole Position Hoffen wir, dass es besser geht Ok, so schau! Aua! Oh! Oh! Nein! Oh! Wohin? Was war das? Scheiße! So die... Sirene in mir in mir In mir Weil's so heiß ist Huuu! Huuu! Oh crpper Doppel Doppel, triple homerun Fuck Doppel, triple, fuck Äh Das nennt man anders, aber Keine Ahnung Ich schau keine Bonus Ich bin ein gutes Kind Nein! Aquarium Wieso bin ich mein letzter Hup, hopp, hopsa. Hup, hopp, floppe. Flop, floppe! Boah, dieser Buckshot ist übermenschlich schnell. Aua, 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 Aua! Aua, 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 Aua! Aua, 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 Aua! Aber natürlich! Zu Stücksstalle, Ablaka. Ja, auf Horus. O, und wie denn, Buckshot? Buckshot. HACKER! Hacks? Wo bin ich denn? Ich will nicht mehr, das war das beinigste, was mir bis jetzt passiert ist. was hast du denn gedacht wo du bist dort bin ich tot im jenseits egal wenn du jetzt wenn du jetzt verkackst dann sind wir beide am ab ich berate schon mal das opfer fressen vor haben wir überhaupt gewonnen ich glaube bis jetzt hat keiner von uns gewonnen doch ich habe gewonnen einmal ja aber das war ganz am anfang ja genau das ist einfach snake Okay, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen eck. Ich kann so, Snake, Snake und dann so. Ich muss gleich wieder rein. What's wrong? Snake! Snake!